hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von uns der aktienrunde.de eurem kanal mit viel wertvollem wissen zum thema daytrading neben der arbeitszeit mein name ist christian und damit legen wir los ja ich befinde mich hier im metatrader von 24option und habe bereits auch noch unser easy trading template installiert welches ihr natürlich kostenlos von uns bekommt mehr infos hierzu findet ihr direkt unterhalb vom video in der video beschreibung oder direkt über unseren newsletter ja denn im letzten video habe ich ja bereits erzählt dass man mit 24option auch forex handeln kann und das ganze sogar über metatrader hier haben wir ja auch demokonto sozusagen jetzt hier erstmal für metatrader und ich dachte mir das war jetzt hier noch eine position eröffnen zum testen und so weiter und so fort und deswegen ja würde ich sagen analysieren wir jetzt hier noch schnell den euro us dollar im stunden chart beziehungsweise im daily chart denn ich möchte jetzt hier noch gucken ob wir hier noch einen interessanten einstiegspunkt finden derzeit da ich davon ausgehe dass der kurs in der nächsten zeit weiter steigen wird ja hier im stunden chart kann man hier deutlich sehen dass der chart hier nach oben verläuft vier stunden schaden sehen wir hier dass wir hier auch zwei kaufsignale bekommen haben einen hier unten schon und hier noch mal ein kleineres signal hier was nicht so viel aussagekraft hat wenn wir uns hier umschauen sehen wir dass die kleinen timeframes hier eher für den verkauf sprechen also für eine short position und die höheren timeframes die für uns in diesem fall jetzt wichtig sind im forex trading die sprechen für eine buddhische tendenz ja gut dann gucken wir weiter im daily chart ja obwohl wir freitag haben wohl bemerkt aber wir denken bzw ich gehe davon aus dass ich die position übers wochenend halten werde und dass der kurs schön sprung nach oben macht so zumindest ist meine denkweise im moment ja ja hier haben wir auch noch mal ein einstiegssignal nach oben hin ja und deswegen gehe ich jetzt davon aus dass der kurs halt weiterhin in richtung nach oben verläuft wenn ich mir das jetzt hier anschaue ja hier kann man ja immer schön hier diese sprünge sehen und hier wurde der kurs noch mal angetestet hier auf diesem niveau hier und dann ging es ja hier non stop nach oben ja und jetzt hier mit diesem neuen signal hier gehe ich davon aus dass es ähnlich wie diese formation hier im zickzack sozusagen weitergeht gut dann würde ich sagen da wir hier sowieso im demo konto sind öffne ich jetzt mal hier meine long position neuer auftrag volumen da gehe ich mit bisschen weniger rein denn ein lot das ist schon extrem viel auch bei dieser konto größe aber wir müssen das ganze ja realistisch betrachten ja dann haben wir hier ein konto stand von 100.000 euro allerdings ist es kein echt geld und ich will das ganze ziemlich möglichst realitätsnah haben deswegen würde ich sagen holen wir hier ein lot volumen von 0,2 das ist dann doch schon eher glaubwürdiger gut dann gehen wir jetzt hier mit einer long position rein so die position ist geöffnet und meinen stop loss den setzt sich in etwa hier wo ich moment hier noch grad dass der haftungsausschluss bestätigen ok mit für den einklick handel stop loss setzt sich wie gesagt hier unten wo wir hier dieses einstiegssignal quasi bekommen haben ja wäre ein verlust wenn er in takt in kraft redet von circa 150 euro und wir gehen nach oben bis zu diesem widerstandspunkt hier oben so wäre ein gewinn von 285 euro gut ich gehe davon aus dass die position jetzt übers wochenende bis irgendwann mit der nächste woche läuft ich bin auf jeden fall gespannt ob ich recht behalte mit meiner kurzen analyse hier und wir sehen uns im nächsten video ja wie immer an dieser stelle wünsche ich euch natürlich viel glück bei eurem handeln lasst einen daumen oben da und abonniert unseren kanal falls noch nicht geschehen ansonsten würde mich aber auch noch kurz interessieren ob ihr auch bei 24 option ein konto habt und ob er dort ebenfalls forex traded dann würde ich sagen bis zum nächsten video bis dann ciao ciao